Ja, ich würde euch gerne zeigen, wie ein Shiny-Panflamme aussieht. Kann ich aber nicht. Hallo, äh, Cyrus, Wyatt, whatever. Na, was geht ab? Die Maschinen werden uns dominieren. Ist aber nicht so klug, wenn so ein Staubsauger-Roboter sich diesen Magnetstreifen umwickelt, der ihn eigentlich davon abhalten soll, sich in Gebiete vorzuwagen, die nicht für ihn bestimmt sind. Also dann grenzt er sich ja selber ein, der Idiot. Das ist nicht der klügste Staubsauger-Roboter. Ich mag Staubsauger-Roboter, aber sie sind schon ziemlich dämlich. Muss man dann einfach mal so sagen. Ja! 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 Oh, 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 oh. Da ist er! Ja! Oh, leck mich am Arsch! Leck mich am Arsch! Da ist er! Wir können Pokémon spielen! Gehen! Woop, there it is! Woop, there it is! Ja! Ja! Ich hab dich mal schreien gehört! Oh! Oh, Gott! Tschüss! Leck mich am Arsch! Tordflosse? Tordflosse! Ah fuck, nochmal, ich muss beschlipsen. Gül! Was kriege ich jetzt dafür, wenn ich es einfach resette? Ich habe nicht damit gerechnet. Versuch 1500. Oh. 59. Woop, there it is. Woop, there it is. Jawohl, endlich geht es los. Nice! Auf zum nächsten Shiny!